Einen angenehmen Sonntagabend. Die frühlingshaften Temperaturen bleiben uns auch noch zu Wochenbeginn erhalten. Jetzt ein kurzer Rückblick, was sich heute so abgespielt hat in Österreich. Die höchsten Temperaturen waren nämlich 17 Grad und die haben wir erreicht in Reichenau an der Rax, in Bludenz und auch in Weidhofen an der Ips. Dann 15 Grad beispielsweise in Salzburg, auch in Bad Radkersburg, also im Süden Österreichs 15 Grad. Damit haben wir sozusagen Palermo, Rom und Athen Konkurrenz gemacht, denn die haben heute auch 15 Grad gehabt und auf der Schmittenhöhe unglaubliche 10 Grad in knapp 2000 Meter Höhe. Was tut sich bei der Wetterentwicklung? Die aktuellen Satellitenbilder zeigen uns, dass es nicht so ruhig weitergeht, denn das Wolkenband einer lang gestreckten Kaltfront, das nimmt Kurs auf Österreich. Morgen kurzfristig noch ein Zwischenhoch, noch am Vormittag eine föhnige Südströmung, dann bis zum Abend erreicht uns die Kalkfront und dann in der Nacht deutlich kühlere Luftmassen. Die Einzelheiten für das Montagswetter. Wir starten mit etwas Nebelgrau im Norden, teilweise im Osten Österreichs, teilweise auch in den südlichen Beckenlagen, aber der Nebel sollte relativ rasch Geschichte sein, dann gibt es viel Sonnenschein, maximal ein paar hohe Wolkenfelder. Bis zum Nachmittag verdichten sich dann von Westen her die Wolken, die Luftströmung dreht von Süd auf West und es wird auf den Bergen etwas frischer. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus drei und plus fünf Grad im Rheintal, da macht sich der Föhn noch bemerkbar. Mit Föhnunterstützung morgen beispielsweise in Salzburg noch 15 Grad, im Waldviertel im nördlichen und im Müllviertel gehen sich neun Grad plus aus. Wie geht es dann langfristig weiter? Der Dienstag und der Mittwoch im Visier. Am Dienstag, die Kaltfront ist durch, überquert uns von Montag auf Dienstag. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Sie sehen nur noch sieben Grad in den westlichen Landesteilen. Im Tagesverlauf wird es immer freundlicher. Am Mittwoch kommt dann die nächste Front herein und bis zum Abend sinkt vor allem im Westen die Schneefallgrenze auf 400 Meter. Das heißt in Innsbruck und in Salzburg könnte es ein paar Schneeflocken geben. Und die Temperaturen im Osten, die liegen noch einmal bei zehn Grad. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Abend.